Erst kam die tränenreiche Trennung von Politiker Marc-Erik Lehmann, jetzt überrascht Harald Glöckler alle. Harald Glöckler, zurück zum Ex. Alte Liebe rostet nicht, das wird sich auch Harald Glöckler, 58, gesagt haben. Der Stardesigner überrascht nämlich alle mit seinen Weihnachtsplänen. Statt sich zum Fest als Neu-Single, im August trennte er sich von dem CDU-Politiker Marc-Erik Lehmann, 24, ins Berliner Nachtleben zu stürzen. Zieht es den Modeschöpfer zu dem Lieblingsmenschen aus seiner Vergangenheit, seinem jahrzehntelangen Lebensgefährten. Weihnachten mit Dieter Schroth Glöckler will den zweiten Weihnachtstag tatsächlich mit Dieter Schroth im Pfälzischen Kirchheim verbringen. Zwei Tage später feiert Schroth zudem seinen 75. Geburtstag. Dabei hatten die beiden erst im Februar ihre Trennung öffentlich gemacht. Der Designer wollte die eingetragene Partnerschaft sogar wieder aufheben lassen. Ist das Schnee von gestern? Glöckler erklärt den Stimmungswandel. Wir haben da eine andere Ebene gefunden. Wir haben über 35 Jahre miteinander ausgehalten, das ist ja auch schon schön lang. Und warum nicht auch Weihnachten zusammen verbringen? Sie beide hätten ein sehr gutes, sehr angenehmes Verhältnis. Das hört sich vielversprechend an. Wer weiß, vielleicht verleitet sie die Feststimmung ja zu einem waschechten Weihnachtswunder. Das hört sich nicht gleich này. Das hört sich an. Untertitelung des ZDF, 2020